So, ihr Neugierigen, wir haben das Problem, dass in dem Ofen hier von Adoro immer die Asche rausfällt, weil hier nicht viel ist und das fällt hier runter, hier drauf, dann hast du immer das Problem, dass was stört. Jetzt hat meine Frau gemeint, ich soll mal was bauen. Jetzt habe ich eine Erhöhung gebaut für diese Stelle. So, jetzt werde ich mal sehen, was die anderen Leute, die auch ein Adoro haben, dazu sagen. Da habe ich jetzt drei Löcher gebohrt, hier sind auch drei Löcher. Jetzt setze ich das hier drauf, schraube das fest und dann haben wir eine höhere Fläche und dann kann die Asche nicht rausfallen. Jetzt gucke ich mal, wie das angeschraubt ist und dann zeige ich euch das nochmal, wenn es brennt. Also ich denke mal, das ist eine super Sache für alle Adoro-Freunde. So, jetzt schaut es fertig aus. Jetzt, da schön gemacht, da innen drin mit Schrauben festgeschraubt, im Bus, kann man jederzeit wieder abnehmen. Passt wunderbar. Haha, ich nehme die Massenproduktion auf. Wer auch so ein Ding will, bestellt es bei mir. Für einen Apfel und viel Eier kriegt er das. 散gst! Ja, das hat их gehört. Was?